Tada, tada, da, 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 da. Aber das weiß ich auch nicht. Na Albrecht, wieder am vögeln? Tja, im Gegensatz zu Ihnen läuft es bei mir noch. Ja, wir wollen doch nicht frech werden hier. Was haben wir denn hier heute auf dem Tisch? Wie ich sehen kann, Krone unbeschädigt, Apfel unbeschädigt, Zepter unbeschädigt, aber ein glatter Steckschuss. Jawohl, da haben Sie recht, Herr Professor. Oh Leute, müsst ihr das denn ausgerechnet jetzt machen, wo ich reinkomme? Nun stellen Sie sich doch nicht so an, das ist doch nicht Ihr erstes Mal. Herr Professor, gibt es ja wenigstens was Neues? Ja, ich erinnere mich da an so einen Fall von vor 25 Jahren tatsächlich. Da bestehen gewisse Ähnlichkeiten zu unserem jetzigen Fall und ich glaube, wir haben es diesmal mit einem Serientäter zu tun. Oh, jetzt wird es spannend. Da haben wir soll... Moment. Ja, bitte? Ja? Okay, alles klar. Danke. Ich muss los. Wir haben einen Verdächtigen. Dann mal, Flott. Fortsetzung folgt. Bald ist wieder schützenfest. Okay, ist das schön. Wir haben einen Verdächtigen. Wir haben einen Verdächtigen. Wir haben einen Verdächtigen. Wir haben einen Verdächtigen.